Ja, der G-Punkt. Der G-Punkt ist ein besonders sensibler Bereich in der Vagina und der ist nach einem deutschen Arzt, dem Herr Gräfenberg, benannt. Obwohl sich nicht so alle ganz sicher sind, ob es diesen Punkt überhaupt gibt, denn anatomisch kann man das nicht so richtig nachvollziehen. Beim Mann wird darüber diskutiert, ob der im Bereich der Prostata auch so eine sensible Zone hat, die man zum Beispiel auch durch eine Prostatamassage erreichen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017